Ja, jetzt muss ich von vorne anfangen, das ist korrekt, jetzt fange ich den nächsten Run von vorne an, weil ich weiß jetzt ein bisschen mehr, was die Trades machen und sowas, jetzt mache ich komplett neu, jup, korrekt. Und ich habe Wasser und Bomben diesmal. Nova, nicht weglaufen und dich verstecken, du wirst mir helfen, was soll das, was machst du da, komm runter, hey, wow, bin faul, hast eher Angst, würde ich mal sagen. 185 ist halt noch gar nichts, das war ein Gold, wir brauchen noch deutlich, tschüss, ich gebe mir Mühe, ah, guck mal, du hast zumindest jetzt mal Damage für mich gefressen, danke. Wenigstens, das hast du geschafft. Ich will dich benutzen, damit ich nicht meine Bombe opfern muss. Kannst du mal da drüben liegen bleiben, finally. Da bin ich so in den Kram, oh Gott. Deswegen ist es Shit. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, scheiße, das ist Gold. Könnte aber noch Gold absnacken. Ey, komm hier ran. Was bist du? Burst of Air. Wir können Dinge wegpusten. Wup, wup. Hier geblieben. Ey, Gold. Wir gehen dann mal nach Hause, ne? Das ist über Berserkium. Ich glaube, hier drüben ging es noch raus, ne? Ja, hier ging es noch raus. Perfekt. Tschüss. War 500, reicht aber auch. Ich weiß nicht, ob ich den Furzstab behalten will. Ist auf jeden Fall besser, als das, was ich habe. Generell. Wie viele von den Discos soll man denn nehmen? Disc Projectile, Disc Projectile und hier gibt es noch das Giant Disc Projectile. Also tatsächlich, das macht schon viel Damage. Von daher habe ich eigentlich schon Bock auch darauf. Vor allem kann ich das so machen. So, Close Call. Weiß ich nicht. Projectile ist slower. Near you, slow down. Ein Perk mehr. Probieren wir das mal. Muss jetzt nur noch durchkommen. Damit es sich lohnt. Entered Coal Pits. Damage sollte man eigentlich ganz okay haben mit dem. Mit dem. Und es ist nur aufpassen, die Dinger, wenn die zurückbouncen, können die uns damagen. Also die können uns gut tun. Oh. Wir haben wieder Geister. Friendly Ghost. Dankeschön. Aua. Irgendwie mag ich den nicht. Ich komme den nicht zurecht. Au. Schön. Yo. Damage und so. Okay. Soll einfach nichts mehr tun und sie die Viecher machen lassen anscheinend gerade. Holy shit. Haben die Damage gedrückt. Was haben die denn denn? Zauber. What the fuck? Was sind hier oben hängen? Oh, wir können hier einkaufen. Und Gold mitnehmen. Ich mag die Magic Arrow. Oh. Deck Deceleration. Octagonal Bolt Bundle. ist aber arschteuer alles. Ehrlich gesagt. Weiß nicht, was das hier ist. Den kenne ich noch nicht. Octagonal Bolt Bund. Ich vermute, man geht damit in alle Richtungen. Und ich mag Magic Arrow generell. Gekauft. Was ist das? Energy Shield. Da geht ja gut. Scheiß drauf. Nova. Tschüssi. Danke. Oh. Für die Empfehlung. Kann man noch 14 HP. Na geil. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Und einen guten Rutsch, falls man es bis dahin nicht mehr sehen. Das ist gut. Ich würde eigentlich schon gerne. Jetzt ist der weg. Irgendjemand hat einen gesnackt. Das ist meiner. Yo, what? Könnt ihr schießen? Ah, er hat sich selbst gekillt. Sehr gut. Selbstkill ist für mich auch okay. Selbstkill ist für mich vollkommen fine. Es sind einfach noch mehr TNTs. Spells bekast drei. No Shuffle. Der bekastet einfach wieder alles, was er ist. Wir gucken mal. Ich habe jetzt den, den, einen, einen extra Perk genommen und so. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier jetzt auch mal benutzen in irgendeiner Form. Oh, der ist nice. Der Zauberstab ist geil. Also der nicht der Zauberstab, der Zauber ist geil, der drauf ist. Und er schießt auch ziemlich häufig. Hier, dieser Chain Bowl ist so geil. Warte das Voting ab. Oh, Improve Wands. Bells per Cast vier, Capacity drei. Nice. Nice improvement, guys. Sorry, aber das ist halt wirklich useless. Ich kann doch gar nicht so viele reinmachen, wie ich casten kann. Ich habe vielleicht einen anderen Auswählzeug. Die im Shop sind auch besser. Okay, darüber habe ich jetzt nicht geachtet. Aber der hier hat sich, glaube ich, doch der hat, glaube ich, mehr Mana und mehr Charge Speed gekriegt, ne? Ein bisschen. Und schießt auch noch öfter. Aber ich finde ihn immer noch cool, weil ich mag den Zauberspruch unglaublich gerne. So, das kann ich mir kurz zeigen, warum. Weil der nämlich auch um Ecken, der zielt auch ein bisschen auf die Gegner dann entsprechend. Finde ich sehr, sehr... Irgendwann, wir könnten das sogar... Oh. Bloß ein bisschen aufpassen. Haben wir einen sehr, sehr hohen Schaden. Und Bombis. So, jetzt die Frage. Homing Shots. Homing Shots brauchen wir theoretisch nicht. Projectile Duplication. Ist das noch ein Projectile? Ja, ne? Aber doch, Homing Shots wäre, glaube ich, immer noch ganz gut. Repelling Capes. Dains drop at a fast rate when moving. Ah, ist eigentlich auch ganz geil. Also... Oder halt Greed für mein Gold. Ja, Homing ist nämlich... Ich meine, das Ding homet selber, aber wir haben noch andere Sachen. Aber ich würde auch Homing nehmen. Ah, der Tinker. Das war ein Ticken zu spät. Tut mir leid. Ist eh so greedy. Ja, Greed wäre auch schon fett gewesen. Siehst du, da wurden sie einfach von hinten aufgemischt hier. Oh Gott. Hier, der geht nämlich über die Ecke. Oh, der trifft sogar mehrfach den gleichen. Okay. Cool. Das ist ziemlich awesome. Hier sind jede Menge Wands. Ich liebe Wands. Seht ihr, das Death Cross war nicht so geil. Aber der schießt... Wie häufig das Ding böllert. Yo, what? 0,25 und Castilei minus 0,3. Was eigentlich ist das Negativ ist? Also ich würde das, glaube ich, gegen die Bombe tauschen. Jetzt schon. Aber das bewegt sich nicht schnell, oder? Das hat doch kein... Moment, wir können das probieren. Ganz einfach. Nee, bewegt sich nicht. Wenn es kein Movement hat, kann es sich, glaube ich, auch nicht bewegen. Und auch nicht homen dann. Also homing ist, glaube ich, generell ganz geil. What the fuck? Stop it. Dude. Deswegen. Der hat auf mich geschossen. Und hatte einfach den Teleporter drin. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Was geht denn jetzt ab? Aber ja, der hat einfach hier einen Teleporter bault und schießt damit auf mich. Das hier dachte ich, wer... Achso, wenn ich die trete, ne? Lass mich weg. Genau, jede Menge Kohle gibt es nämlich, wenn ich die trete. Und anscheinend Öl. Was ewig da rauskommt. Hier kann ich noch so ein Ding treten. Oh Gott. Hier sind noch mehr Warns. Also noch mehr Zauberstäbe in der Ebene hier unten. Und oben. So. Du hast, dude, ein Energy Orb. Ich glaube, der Energy Orb war mega nice. Den wollte ich, glaube ich, immer haben. Shuffle, no. Glaube, das ist der, den ich immer haben wollte, weil man damit buddeln kann. Jawohl, genau. Der ist richtig gut. Scheiß auf, Dynamit. Der, 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 genau der. Ho, ho, ho. Doppelt fies. Oh, what? Der ist jetzt doch schon mal gestorben. Als ob. Ich glaube, der einfach instant tot war. Das ist ja, oh. Das war nicht so smart. So, jetzt haben wir 1.000 Gold und ich will jetzt nicht ewig noch hochfliegen. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Gucken wir mal, dass wir hier vor Run kommen. Ja, hier sind 65 irgendwie. Aber der hittet dann nur noch ein zweites Mal. Der hittet ja eigentlich noch deutlich mehr. Okay, Zauberstäbe. Was? Spiel so, ey, hier hast du 4 sinnvolle Zauberstäbe und ein Troll. Bitteschön. Explosion Immunity, meinst du? Da habe ich auch das Gefühl, dass es ziemlich stark ist, weil super viele Sachen halt jetzt explodieren werden. Und gerade die heftigen Damage Sachen, Explosions sind. Die Frage ist, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen. So, dann können wir nämlich hier. Zack, zack, zack. Dann müssten wir eigentlich drei Leitenden Bolts auf einmal machen. Dritter Stabert Potenzial. 375. Ja, ich glaube, ich nehme hier wieder raus. Oder wir nehmen nur den. Macht aber genauso viel. Problematisch. Ja, ich glaube, wir machen so rum. Da muss ich mit dem nicht so zielen. Let's go. Oh Gott. Yo, what? Einmal an die Tür aufgemacht, ne? Ha! Yo, alles klar. Also ich mach das Gold einsammeln, bitte. Das ist alles One-Shot. What? The Walk ist das. Ich habe einen Verdacht. Aha. Ja, ne, nehm ich. Oh. Hallo. Das kann ich mich einfach überall durch. Wee, durchbuddeln. Äh, Stavari ist ein ziemlich heftiger Boss, den man beschwören kann. Der kommt auch, wenn du den Holy Mountain zu sehr beschädigst. Aua, 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 aua. Ach, hu, 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 hu. Okay, jetzt habe ich mich gerade selbst gelasert mit der Aktion. Holy Shit, habe ich mich da gerade. Stunt. Äh, ne, 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 ne. Hört mal auf in dem Shit. Wie bin ich gestunt die ganze Zeit? Bin ich im Blut still? Okay, es ist schwierig, hier übrigens da noch hinzuschieben, wo ich hin will. Okay, hat Vamps gemacht. Das ist einfach nur dumm. Die Skalierung. Ich verbrenne mich nur immer wieder. Stirb. Jawohl. So. Guten Tag. Ich hätte gern wieder HP. Jetzt haben wir den hier. Teleportitis Dodge. Du teleportest eine kurze Distanz weg, wenn ein enemy Projector ist. Luki Mutation. Du wirst eine kurze Linz, die für dich kämpfen. Passives Kämpfen, bin ich dabei. Oh, what? Oh, what? Ich werde einfach eine Spinne. Okay. Dass ich mich hier halten kann, ist das viel geilerer, als dass die für mich fighten. Kann ich jetzt super genau kontrollieren. Jungle. Oh, what? What? ningar... Einfach mal reinlutzen. Hey! Moment, habt ihr wieder für Twitchy gevotet oder was? Was ist denn jetzt los? Aus dem Grund kann ich jetzt wieder meine Sachen nicht mehr kontrollieren. Okay. Mhm. Cool. Ich kann doch nicht mehr fliegen, oder? Die halten mich nämlich unten, die Dinger. Genau. Okay. Vielleicht sind die Limbs doch nicht so geil, wie ich dachte. Also richtig fliegen geht nämlich nicht mehr. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott. Spinnen versus Spinnen. Welche Spinne ist die bessere Spinne? Oh Gott. Ich bin jetzt eher am Krabbeln als irgendwie am Fliegen. Muss man ehrlich zugeben. Ich bin jetzt eher am Krabbeln als irgendwie am Fliegen. Müssen wir ehrlich zugeben. Hier komme ich jetzt zum Beispiel nicht mehr hoch. Ja genau. Oh Gott. Hallo. Könntest du mal... Danke. Meine Fresse. Er hat viel ausgehalten. Also fliegen ist jetzt nicht mehr. Ich bin nur am rumkrabbeln. Okay. It just works different now. Wenn dann dafür einen Auslöser hat, ist das geil. Aber ich habe keinen Auslöser dafür. Ich darf das jetzt nicht benutzen. Das ist super stark. Das könnte ich mit dem Trigger hier benutzen. Das ist richtig fett. Das ist absolut... absolut krank, wie viel Damage das macht. Oh, what? Was war denn das für ein Hit? Oh, oh. Es brennt. So brennt es. I'm confused. Und wie viel hält das Ding aus? Wann hat... Wie viel HP hat das? Oh, das sind mehrere. Kann das sein? Eeeeben. Okay. Nicht gehittet, aber ist okay. Ich bin wieder ins Feuer gegangen. Ich vollidiot, weil ich gierig bin. Ich brenne alles ab. Kokon. Ich will nicht wissen, was da rauskommt. Ich glaube, wir gehen mal hier raus. So viel HP habe ich nicht mehr. Ich habe einen Wand, mit dem ich rumspielen will. Mhm. Genau deswegen, dass es unglaublich viel Schaden macht. Ist einfach nur komplett dämlich. Glaub mir die Immunity für den Fall, dass doch mal jemand nah rankommt. Ich gehe in die Wand. All die Wand nach oben. Und jetzt bin ich in der Wand. Vehikel. Das Wind ist in der Wand. Genau das habe ich mir so vorgestellt. So ungefähr. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das ist das Homing-Ding, warum das Teil sich noch bewegt. Das liegt also wirklich noch. Au. Wasser. Wir brauchen Wasser. Nein. Er hat nach oben gezogen. Weil ich gierig war. Die Homing-Misters haben am Ende das bisschen schwieriger gemacht. Na gut. Der Plasma-Beam ist halt echt. Der macht so viel Schaden, aber ist halt super schwer zu kontrollieren. Aber ein unglaublich guter Run trotzdem. Das war ein sehr, sehr guter Run. 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 Das war ein sehr guter Run. Das war ein sehr, sehr guter Run.